Was ich wohl, was ich wohl, äh, was ich wohl wollen könnte, hä? Ich will wissen, wo hier der Ort des Wissens ist. Wo meine Vasallen sagen, der wäre hier. Ich sehe hier kein Wissen, ich sehe hier einfach nur Armut. Nee, sehe ich nicht. Gut. Ich habe nicht irgendwo, da ist was zusammengefallen. Was ist das, das einzige Haus, was steht? Oder vielleicht hier? Vielleicht, maybe hier? So irgendwie in diesem zusammengefallenen Turm, hä? Was hier irgendwie wissen oder so? Nee? Komm halt nicht rein, gut. Kann man das dann auch gleich schon wissen. An der Seite ist, glaube ich, auch nichts. Gut, dann gehen wir mal zurück und dann reden wir mal mit dem, mit dem, mit dem komischen und dann geht es um die Stadt. Gut. 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 Ich glaube, dass ich nicht so gut finde, dass ich eine große Kabe, die ich nicht so gut finde. Okay. Ah, warte. Ja? Was ist das? Brieffetzen. Von der erlösenden Hand. Bis sie sagt, dass ihr sie aufsuchen werdet, dies, äh, werdet, sie ist eure beste Hoffnung. Sie hat Forschungen über Beruhigungs- und Schlafmittel für die Armeen in Basal angestellt. Dabei bin ich mir sicher, sie wird... Okay. Was wird sie? Sie wird abhängig machen. So hört sich das dann. Ah, das sind die... Ah, das sind die hier. Mhm. 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 Ja, klar. Wie können wir denn eins wissen? Klar. Äh, wir haben sogar einen Blumenstrauss. Wenn der nicht verweckt ist. Ähm. Dü, 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 dü. Entnehmen. So, wo ist der Blumenstrauss? Wir haben sogar zwei. Wir haben sogar zwei davon. Zack, zack, zack. Ist die Gute. Ist aber Daphne. Ja, klar. Natürlich. Den schönsten. Der liegt zwar schon seit fünf Jahren in meiner Kiste, aber... Ja, safe. Was denn noch? Ja, danke, danke. Hm? Silberstein? Was ist denn ein Silberstein? Ach, Silber Ernst. Ja, aber Silber Ernst haben wir doch auch. Es liegt hier auch irgendwo in der Truhe. Nicht einlagern. Können wir was kombinieren. Ah ja, guck mal. Arznei. Ja, das war's. Und dann nochmal ein bisschen was einlagern. Äh, was sind Splitter? Ist ja gar kein... Äh, das da einlagern. Das da einlagern. Äh, Sucher-Medallion. Können wir das... Ja, das können wir, glaub ich, auch einlagern, oder? Das da könnten wir auch einladern. Ich glaub, wir bauen nur eine Montur. Wir brauchen gar keine Montur gerade. Das können wir auch wieder rausholen, wenn wir irgendwo hingehen wollen. Was sagst du zur Story-Gameplay? Lohnt das sich? Ja. Ich denk schon. Also, ähm... Kombinieren können wir nix mehr. Dann kann ich immer hier so... Ähm... Save. Save, save, save. Ich hab jetzt schon... Denk ich dann an die neun Stunden oder so drin. In-Game. Ja, eher acht. Naja, wenn wir so ein bisschen anderes Zeug. Und ich habe noch quasi... Nichts von der Karte entdeckt. Also, wirklich, äh... Karte hier, ähm... Quasi noch, äh... Gar nix. Ne? Also, wirklich wenig. Und die Story... Gerade im Moment auch mit den ganzen kleinen Storys, die da immer so sind. Irgendwie dieses... Die hier... Das... Das kleine Mädchen oder was das da ist. Und auch die anderen, die dich halt so auf der Straße mal ansprechen. Ich finde das geil. Die Hauptstory... Leider noch nicht so viel davon gemacht, weil... Äh... Ja, da muss ich jetzt erstmal weiterkommen. Ich... 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 Hedda mich immer in diesen Nebenstories. Ja? Ich... Ich denke dann immer so, äh... Äh... Besonders, weil die halt zeitbedingt sind. Manche. Manche sind halt zeitbedingt. Die mache ich dann halt gerne als erstes, weil ich nicht wissen will, was passiert, wenn ich es nicht machen würde. Äh... Ja, da dachte ich mir... Da dachte ich mir, kleine. Ja, natürlich werde ich euch wieder helfen. Ja, ja, wir gehen die auch bald wieder besuchen. Wir gehen die auch bald wieder besuchen. Muss trotzdem hier einmal rein. Manchmal tun sich Türen auf. Die ist offen. Die ist jetzt einfach offen. Hi! Na? Wen habt ihr hier? Ja. 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 Fuck Oh Okay Was machen die hier mit dem Harpienfleisch und so und shit? Äh, Harpienfittich What the hell are they doing? Okay, aber zumindest war die Tür jetzt offen Äh Aber ich hab immer noch nicht gefunden, wo Hier das Wissen sein soll Hier ist auf jeden Fall nix, ne? Ne, absolut gar nix Äh, ein Game, was ich in meinem Urlaub Nächste Woche ballern kann Dann hol ich es mir auch, ja Denk ich schon Ich hoffe auch, dass bis nächste Woche haben sie Safe, ähm Das Performance Problem noch so ein bisschen mehr gelöst Ich hab jetzt auch noch so ein, zwei Einstellungen gemacht Man sieht's jetzt auch, glaub ich Also gerade am, am, am Wasser So, das Wasser Halt jetzt Okayisch aus Würde ich behaupten Aber jetzt sind wir so krass geil Ähm Und ich komm jetzt auf In der Stadt Also wo wir jetzt gerade sind Hier auch in dem Gebiet Auf, äh 30 FPS Was? Was mit dir? Ich kann dir Essen geben Hier, hast du Fisch? Ja, ja Immer doch Ja, dann spenden wir noch tausend Gold Ah Ja, wenn man genug gibt, ne? Okay Malcom Malcom Was gibt's denn? Was für ein Gebäude? Hä Wo soll er denn sein? Ihr solltet euch schämen Junge, was? Wieso, wieso sollte ich mich schämen, hä? Was soll denn das jetzt? Ja Du dürftest Mich um einen Moment meiner Zeit bitten So, wo ist der Kleine? Nehlt euch mir nicht Ah Wo ist der Malcom? Wo ist er? Wo ist er? Hat er sich vielleicht aufs Ah Was reden die jetzt? Okay So Wo ist denn der Malcom? Hallo Hä Warum ist das jetzt wieder zu? Junge, mach doch nicht einfach Hä? Einfach zugemacht Ach hier ist Ne Malcom Ah Okay Wo wolltet ihr denn hin? Was? Was für Gewölbe? Was für Gewölbe? Wo seid ihr rein? Wo seid ihr hin? Da hinten hin? Seid ihr hier in den Gewölbe? Oh no Please don't Was für Gewölbe? Warte Äh Ich hab so Ja ich glaube das war vielleicht da hinten Egal Ja ja bleib mal hier Wo ich jetzt gleich wieder angecharged werde Gleich wieder auf Auf der Umme Von den komischen Boysen Girls hier Ne Geh mal hier vorbei Mach mal So Ich weiß das war hier drin Alles in Ordnung Ja ja ich will nur hier rein So Zack Ähm Okay Okay Er hat's nicht geruch Ja okay Er ist auch kaputt Jetzt wäre die Frage Ob ich das hier auch zusammen prügeln kann Ich würde mal meinen Das soll mal kurz entfernen Nochmal gucken ob ich da Was denn Nix da Ich hab nix getan Ja ja Die zählt auf dich Geh wieder Ich hab nix getan Ich hab nix getan Ich hab nix getan Ich bin einfach nur in meiner Zelle Nix getan Alles in Ordnung Guck mich jemand an Guck mich jemand an Guck mich an Ja Bra Bra Jo Ne Gut Perfekt Äh So In welche Gewölbe jetzt hier Wahrscheinlich in die Äh Einmal nochmal die Ausrüstung an Äh Da haben wir faulige Rippchen Und noch ein bisschen Ein bisschen Gold So Ist mit Gewölbe das hier unten gemeint Nein Jo Ich weiß also Auf mich gewartet hast Ähm Wo ist denn jetzt Aufträge Wo ist denn der Soll der kleine sein hier Ein Junge namens Melk Ist verschwunden Irgendwie Irgendwie Ich umfinde heraus Ob jemand weiß Wo er hingesangen sein könnte Ja Das hab ich doch getan Ja Ich bin doch schon da Oder Kann ich einfach nochmal mit ihm reden Was? Was? Ihr solltet euch schämen, was wir hier schämen. Okay, Kleine. Wo ist er hin? Talk with me. Was für Gewölbe! Talk to me! It's your Gewölbe! Ah, ja, ja, danke. Äh, noch kann ich keine Drachen killen, geh ich schwer davon aus. Der redet auch nicht mit mir, der ist irgendwie in seiner Trance für... Oh, du hier. Du, 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 du. Ja. Ja, die anderen Kinder sagen Gewölbe. Was ist mit dir? Du bist ja auch noch so ein Kleiner. Ja, 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 ja. Mhm. Ja. Große Entdeckung, was für eine Entdeckung. Rede. Scheint, seid ihr wohl auf. Ja, natürlich bin ich hier wohl auf. Wo ist der Junge? Wo sind die Kinder? Warte, Daphne. Ochsenkern, Gewölbe. Ist der gut entführt worden? Oh, mein fucking Gott. Oh, shit. Wo ist... Und... Oder wait, ist Daphne entführt worden? Ja, wie kann er... Ja, doch, ihr habt alle Zeit zu reden. Was ist mit dem... Nee, 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 reden, 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 reden. Junge, wie kann euch das alles egal sein, dass so ein kleiner Junge gekippt wurde oder vielleicht so ein kleines Mädchen? Joa, ich lasse mich auch schon in Ruhe. So, wo sind die... Ochsenkarre. Was war das hier? Ich hab mich umgehört. Welche Gewölbe? Das hier ist auch nix. Ist das eine andere Abenteuergruppe? Das kann doch nix sein. Der muss doch hier irgendwo sein. Ja. Was für ein Schutt. Okay. Die haben jetzt anscheinend schon raus, wo der ist? Oh! Oh! Aha. Ja. Hau raus. Direkt um die Ecke, okay. Mhm. Und da ist es zusammengefallen. Ah, nee, wir haben aufgemacht einfach. Okay. Wir könnten uns hindurch zwängen. Oder wir könnten einfach alles wegräumen. Ich wusste doch, das ist ein Magiaturm oder so gewesen und hier können wir unser Wissen auch finden. Ja, geht ihm mal voran. Ich mach mal hier gerade so. Geh mal, geh mal vor Tia. Aufmachen. Den Bums. Oder noch nicht. Okay. Keep your secrets. Ähm. Tschüss. Ach. Jo. Immer da lang, wo dich keiner will. Was war das da? Warum hat das so Rums gemacht? Oh. 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 Lauf ja nicht hin. Lauf ja nicht hin. Wie was das? Da sind die Bücher. Ach, geil. Das finde ich jetzt wiederum sehr nice. Dieses quasi... Dieses quasi Verketten von Quests. Das ist geil. Ich glaube, da war ein Spinn. Kaum meine Mates haben die gekillt. Bin ich nur dem Jungen hinterhergelaufen? Ja. Ja. So, und jetzt alle Töten, die hier waren. Hat natürlich einen Grund, ne? Also, damit die nicht reden. Damit wir zu dem Alten sagen können, hier hast du dein Ding. Hat auch noch niemand... Weiß auch noch niemand davon, hab ich gefunden. Ja, doch, einem müssen wir ja zählen. Äh, mal gucken. Ist wie so eine Person. Okay. 3.000 Gold einfach bekommen? Von was? Okay. 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 Okay, okay. Äh... Schauen wir hier noch so. Hm? Ein Buch? Ein Buch der donnernden Harmonie? Hier müssen aber noch irgendwo Kisten oder so sein. Kann ja nicht sein, dass hier nur Bücher rumliegen. Ja, Malcolm. Wehe, du nimmst hier irgendwas von mit. Dann gibt's Haue. 820 Gold. Nice. Kann ich noch was mit dir reden? Na. Okay. Das ist aber krass. Weil ich hab doch jetzt nur von dem die Quest bekommen, weil ich ihm so viel... Weil ich ihm... Weil ich ihm... Legit... Äh... Ja. Weil ich ihm was gegeben hab, oder? Ja, deswegen hab ich die Quest bekommen. Äh... Sind wir... Echt? Ja. 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 Ah, von hier können wir aufmachen. So, da war doch noch hier so runter was, ne? Was haben wir denn hier so? Hallo? Oh mein Gott, ist das... Das ist big. Let's go. Einfach mitnehmen. Da ist auch noch was. Ich geh ja nicht davon aus, dass es hier irgendwie... Gegner geben würde, oder so. Jedenfalls... Ja, ne, ich glaub's nicht. Nur Ratten. Ganz viele davon. Ganz viele Ratten. Ja. Äh, nee. Hier lang? Nee. War hier nicht noch irgendwo was? Ja, geht's wieder zurück? Da geht's gar nicht lang. Dann war doch da so lang, ne? Doch, hier so lang. So, wo kommt man hier raus? Erstmal ne faulige Hartknolle. Ah, okay. Gut. Dann gehen wir hier nochmal raus. Fauliges Bestchenrüppchen. Okay, jetzt kann man hier einfach durchgehen. Perfekt. Wir gehen wieder raus. Und stecken das dem guten alten... Äh... Wie heißt er nochmal? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht mal, wie er heißt. Ist Daphne wieder da? Nee. Gut. Jetzt ist nur die Frage... Wir müssen ja wieder zu ihm in... ihm da rein, ne? Ich weiß nicht, ob das... Ob das gehen wird, ne? Äh... Gucken, ob wir dorthin bekommen. So, der andere läuft dort. Ja, dammit. Wie komm ich denn da jetzt... Shit. Ist halt ehrlich nicht, wie ich da hinkomme. Wieder. Ja. Hallo? Äh... Äh... Gucken. Nee, okay. Nee, 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 nee. Dammit. Äh... Shit. Okay. So können wir da nicht so ganz hin. So irgendwie anders da gucken. Äh... Vielleicht sollten wir als erstes uns auch mal wieder hinlegen gehen. Äh... Ich weiß halt nicht, ob's abends irgendwie besser war oder so. Oh Gott! Oh Gott! Ähm... Ähm... Alles okay. Alles okay. Hä? Was? Nein, woher ist Vivian tot? Was ist denn mit ihr passiert? What the hell happened? Davor? Why? Hm. Da-da-da-da-da. Zack. Schau mal wieder in unsere Butze. Äh... Wir ruhen uns mal bis zum Morgen aus. Jaja. Einmal ausruhen. Sehr schön. Full life, etc. Alles supi. Gut. Aber wie kommen wir jetzt so am allerbesten da rein? Ich glaub aber... Ich glaub eher von oben. Weil der halt direkt um die Ecke ist, ne? Der ist ja direkt rechts um die Ecke, wo sie den da hin platziert haben. Also gehe ich davon aus, dass wir die besten Chancen haben... Wenn wir erstmal falsch laufen? Ja. 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 Ja, 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 ja. Hier geht's auch. Aber wie wir wissen, immer erstmal falsch und dann richtig laufen. Hallo, hallo, hallo. Ja, ich weiß, ihr könnt mich dahin nicht begleiten, aber das macht auch nix. Ähm... So, ne, das bringt ja auch nix, da runter zu gehen. Hm, was kann der mir denn empfehlen? So, der lässt mich hier rein, aber... Ja, super. Der ist zwar bekannt für seine Stuhl, aber ich hab da was gefunden für ihn. Dann gucken wir mal, ob er sich jetzt da drauf einlässt und ob wir überhaupt zu ihm kommen. Direkt die erste Kammer rechts. Ich glaube, soweit ich weiß, geht hier eigentlich niemand durch. Es gibt nicht elemental, schon nicht die kept KyureInnen. Das ist ziemlichwood�end groß. Ja, super. Der ist genau so! Neig. Ausatmen- consisting! Uren! Ausatmen- Das ist langsam ganz ruhig. Zack, zack, zack. So. Ja, nice. Hi. Natürlich habe ich da was für dich gefunden. Ja, natürlich. Ich gucke mal mit der erlösenden Hand. Mhm. Okay. Ähm. Ja. Ja? Ja? Komm mit, komm mit. Komm her! Komm her! Ist er? Ja. Komm! Hopp, 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 hopp! Hallo? Oh Gott. Der geht da einfach ganz gemütlich. Und denkt so, lalalala, ist ja mein Gefängnis. Kann ich ja überall rangehen, überall rumgehen. Goddammit. Komm jetzt raus. Hallo? Hast du dir noch mehr Zeit lassen? Aha. Ja gut, wer schon 143 Jahre am Leben ist, ne? Just saying. Hast du das? So, wir sind draußen. Ja, dann komm! Okay. Okay. Hmhm. 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 Oh, das wäre natürlich auch nice, wenn er dann irgendwie da was findet, ne? In den ganzen Schriften oder was das da ist. Ähm, ich würde eigentlich direkt mal bei ihm vorbeigucken, ne? So, wir haben auf jeden Fall den Magistrat jetzt wieder. So, das ist nur noch eigentlich bei der... Was mit dir? Ist das so? Okay. Hm. Hm. Was macht dich da? So, wo ist denn Daphne? Was denn, ne? Was denn, ne? Ich hab mir im Okay. Uh, okay. Oh, das ist ja so. Was? Was denn, ihr habt ihr jetzt zu Hause? was ist denn das für eine holy moly so ein bisschen hilfe lasst mich mal mit dir reden hier ja 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 was brauchst du denn ich kann sie überbringen ja klar natürlich das wiederum wird ein bisschen schwierig das habe ich selbst noch nicht so viel gefunden ich würde sagen bei toxinium das klingt irgendwie wie toxin hat auch toxin im namen mhm 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 die nachts gut 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 ja wir nehmen uns hier mal ein bisschen was ähm stimmt ich wollte den ich wollte ihn besuchen gehen wir gehen ihn mal besuchen hoppa du 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 hello im in our links ja 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 Okay. Okay, dann haben wir immer mit dem geredet. Der hat nichts Neues für uns. Vielleicht müssen wir da auch einfach noch wann anders dahin. Gehen wir da mal wieder zurück dann. Zack, zack, zack. Und dann müssen wir jetzt nur noch das letzte von den drei Dingern machen. Und zwar einmal... Einmal bei die Regentin ins Arbeitszimmer uns reinschleichen. Noch so eine Schleichmission. Naja, ich hoffe, die läuft besser als die mit dem Gefängnis. Dafür müssen wir aber auch schlafen. Bevor wir jetzt aber schlafen gehen, würde ich mich mal einmal... Ich nehme mich mal hier so ins Eckchen. Da, da, da. Äh, wir speichern einmal. Aber wir speichern und wir gehen zum Titel Bildschirm zurück. Wir machen eine kurze Pause. Ich bin dann gleich wieder da. Ich gehe mir nämlich was zu trinken holen und sage mal meine Freundin hallo, die von der Arbeit zurückgekommen ist. Und dann, äh, sehen wir uns gleich wieder. Da ist einmal das da. Zack. Zack. Okay. Okay. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Let's go. 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 Das würde ja hier. Ähm. Mein... Garme, äh, mein Controller. Garme-Controller. Garme-Controller. Taken. Sehr schön. Sehr schön. Okay, dann. Warten wir jetzt bis Nacht. Äh, ziehen uns unsere vornehme Kleidung an. Äh, die wir dann noch, äh, die wir dann natürlich wieder aus der Kiste rausholen müssen. Und da kommen wir nämlich nicht in den Palast hinein. Hm. Was ist da? Was ist da? Davon brauchen wir nix. Irgendwie Gegenstelle kombinieren. Ja. Ach, wir können Lampenöl machen. Ja, cool. Können wir noch ein bisschen was einlagern. Ja. Zwei davon. Die ganzen Bücher hier wieder weg. Das hier weg. Äh, die Dinger hier weg. Okay. Okay. Ich glaub. Sollten wir gerüstet sein. Jetzt gehen wir einmal, bevor wir natürlich die Zeit zu, äh, vorspulen. Gehen wir einmal gucken. Hm. In das gute Schlöss hinein. Schlösschen. Hihihi. Äh, äh, ähm. Hallo. See you. Oh, ich hab ihn nicht. Mundpücher. See you. Hey, wie war's mir nicht? Ich hab ihn nicht mitgekrieg. Ich hab ihn nicht überhört.